Am Freitag habe ich Peter zu Gast. Peter, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Ja, hallo, ich bin Peter. Ich arbeite als Principal Consultant bei TNG Technology Consultant in München und habe ArcUnit vor mittlerweile sechs Jahren, so glaube ich, aus der Taufe gehoben. Genau, und ich würde was dazu erzählen heute, wie man das benutzt im Projekt, welche Erfahrungen, wenn ich so gemacht habe. Hitballs, genau. Genau, und wir freuen uns natürlich wie immer auf Fragen und Diskussionen und sehen uns dann am Freitag um 12 Uhr. Bis dahin.